Hallo, ich bin der Patrick. Ich mache meine Lehre als Fachmann Betriebsunterhalt in der AXPO und ich zeige dir, was ich hier in Baden mache. In der Lehre als Fachmann Betriebsunterhalt in der AXPO Baden macht man Reinigungs- und Grünpflegarbeiten und Wartungen von Anlagen. Mir gefällt an der Lehre, dass es sehr vielseitig ist. Es gibt keine festen Tagesobläufe. Am Morgen weiss man nie genau, was man machen muss. So bleibt es immer ein bisschen spannend. An der AXPO als Lehrbetrieb finde ich gut, dass man per Du ist mit allen und trotz der grossen Mitarbeiterzahlen ist man sehr familiär hier. Was du für diese Lehre mitbringen musst, ist Handwerksgeschick, Freude am Lehren und offen sein für Neues. Mir gefällt es besonders, dass ich mit grossen und kleinen Maschinen arbeiten kann und so am Schluss ein gutes Endergebnis sehen kann. Hallo, ich bin der Matteo. Ich mache Lehre als Fachmann Betriebsunterhalt bei der AXPO. Ich zeige dir, was ich hier in Baden machen möchte. Mir gefällt besonders an Prüf, abwechslungsreiche Tätigkeiten, verschiedene Gartenarbeiten und komplette vertiefte Innen- und Aussenreinigung. In der Vergärungs-Ada Gutzwil mache ich den täglichen Rundgang, sowie Innen- und Aussenreinigung und Wartungsarbeiten von der ganzen AXPO. Was mir besonders bei der AXPO gefällt, ist der viel Kundenkontakt, der tolle Team, das mich beim Lernen und beim Arbeiten unterstützt und allgemein in der Anlage arbeiten können. Wenn du die Lehre machen willst, musst du stimmfähig sein, belastbar und körperlich fit. Ich hoffe, dein Blick hat dir gefallen. Mach die Zukunft zu deinem Beruf und bewirb dich jetzt bei der AXPO. Bis zum nächsten Mal.